Hallo meine lieben Abonnenten, Freunde, Schwule, Lesben, Kupferstecher, Nerds, Gangster, alles was ich auf meinem Kanal einfindet. Herzlich willkommen zu meinem Info-Bewerbungsvideo für Let's Play Wars, wo ich eine wunderschöne Einladung gekriegt habe, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, wo ich auch gerne daran teilnehmen möchte. Darum jetzt dieses Infovideo. Dieses Infovideo sollte ein paar Punkte, glaube ich, enthalten. Diese Punkte sollten enthalten, warum ich gerne daran teilnehmen möchte. Ja, warum möchte ich daran teilnehmen? Ich mag es gegen andere Leute anzutreten. Ich mag diese Herausforderung, zu zeigen, was man kann und natürlich auch der Spaß dabei. Das ist natürlich immer im Vordergrund. Ohne Spaß geht überhaupt nichts. Aber ein bisschen Ehrgeiz muss natürlich auch drin sein. Und darum möchte ich gerne daran teilnehmen und weil ich auch, ich bin ehrlich, hoffe dadurch auch noch mehr Abonnenten zu bekommen. Und ja, aber in erster Linie natürlich der Spaß. Warum? Dann war die zweite Frage. Warum mache ich Let's Plays? Warum mache ich Let's Plays? Ja, ich mache Let's Plays darum, weil ich gerne Videos bearbeite. Ich habe damals schon in der Schule mit Handy-Videos, da war noch hier ein Megapixel der absolute Hammer bei Handys. Damit habe ich dann, oder acht Megapixel, ich weiß gar nicht mehr, was ich habe. Mit Samsung-Handy, irgendein beschissenes Teil. Auf jeden Fall habe ich damit angefangen aufzunehmen und mir hat dieses Bearbeiten Spaß gemacht. Oder wenn wir auf Partys waren, habe ich ab und zu mal mit Handys aufgenommen und das zusammengeschnitten und das dann den Leuten nachher so geschickt. Das macht mir sehr Spaß. Das macht mir bis heute immer noch Spaß. Aber da ich auch ganz viel zocke und wirklich, wirklich viel zocke. Also wenn ein Wochenende ist, dann stehe ich auf. Das Erste, was ich mache, ist PC an und dann geht es direkt weiter, wenn ich aufstehe. Und dann habe ich nachher gemerkt, oh, du hast gar nicht mehr so viel Zeit für das Video bearbeiten, aber das machst du auch ganz gerne. Also habe ich mir gedacht, weißt du was, du verbindest das zusammen und dann machst du Let's Plays. Ja, und dann habe ich, ja, bin ich so mit Let's Plays angefangen. Habe ich zwei Hobbys mit einer Fliegenklatsche geschlagen. So hatte ich Zeit für meine Videobearbeitung. So habe ich Zeit zum zocken. Alles cool, alles, ne. Ja, darum mache ich Let's Plays. Und natürlich, weil ich Spaß daran habe. Ohne Spaß geht überhaupt nichts. Das wissen ja, man muss mit Spaß bei der Sache bei sein, sonst klappt das überhaupt nicht. Ja, und jetzt an meine Abonnenten. Wenn das hier losgeht mit den Let's Play Wars, werde ich natürlich die Links zu meinen Videos und alles auf Facebook posten, auf Dingen. Bewertet meine Videos. Tut es, macht es. Immer schön liken, kommentiert. Macht alles, wie ihr es könnt. Unterstützt mich, helft mir. Ich will gewinnen. Wir wollen gewinnen. Wir tun es zusammen. Wenn Anregungen, Tipps, Tricks, wie ich noch besser gewinnen könnte, von euch da sind, immer her damit. Ihr wisst, ihr könnt mich immer anschreiben. Dann tut es. Ich bin dafür offen. Das wisst ihr natürlich auch. Für Leute, die mich schon angeschrieben haben und so. Ich versuche natürlich, auf eure Wünsche einzugehen. Helft mir dabei. Vielleicht tut es, macht es. Ja, ähm, gesponsert oder gesponsert, wie nicht gesponsert, veranstaltet wird das alles von Bitquid. Von den schönen Leuten Bitquid. Die sind alle wunderschön. Einer hat mich schon angeflirtet. Nein, Quatsch hat der natürlich nicht. Ähm, ja, das ist, ähm, finde ich ganz cool gemacht eigentlich von den Leuten. Eine coole Idee. Da, deswegen unterstütze ich das auch. 75 Abonnenten, da geht mehr. Da geht definitiv mehr bei solchen Leuten. Engagiert, super gemacht, toll. Da geht auf jeden Fall einiges mehr, Jungs. Abonniert die. Auch an meine Abonnenten. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, abonniert die. Liked auch die anderen Let's Player. Die haben natürlich auch eine Chance verdient. Aber wenn es meine Videos kommen, liked ihr bitte nur meine. Wir wollen ja natürlich gewinnen. Nein, Quatsch. Also, doch, nicht, nee, nicht kein Quatsch. Liked meine Videos. Helft mir. Ja, wir müssen gewinnen. Es nützt alles nichts. Gibt ein schönes Kanalbild und ein Profilbild und noch andere schöne Kleinigkeiten. Ähm, ja. Bitquid. Toll gemacht. Finde ich eine coole Idee. Super, klasse. Da mal ein Danke an Bitquid. Vielleicht klatschen wir mal alle. Nein, Quatsch. Nein, ist eine coole Idee. Leute, abonniert sie. Achtet auf die Videos. Macht bei der ganzen Sammlung mit. Ohne euch wird es halb so lustig. Tut auch bei den anderen mal zugucken und, äh, tut dort mal bewerten, wen ihr gut findet, wen ihr schlecht findet. Das ist eine tolle Sache. Macht da mit. An alle meine Abonnenten. 136. Macht da mit. Ja. Was soll ich noch weiter sagen? Ich glaube, ich habe alle Punkte, die vom Bigquid, äh, verlangt wurden, erfüllt. Vorgestellt habe ich mich. Ne, vorgestellt habe ich mich. Oh. Ich bin der Freezy. Ich mache Let's Plays. Ich bin so. Nein. Ich scheiße. Ich habe vergessen, mich vorzustellen. Nein. Ich bin Freezy. Von Freezy LP. Äh, ja, Freezy LP hört sich so scheiße an. Ich bin Freezy von Freezy. Ich, ähm, bin 26 Jahre alt. Mache gerne Let's Plays. Bei mir sind die Let's Plays manchmal ein bisschen, äh, wie soll ich sagen? Wenn wir in der Gruppe zusammenspielen, dann fallen auch mal hier und da mal so ein paar kleine, äh, Mobbing, äh, Sprüche gegen andere Spieler, was aber natürlich alles nur Spaß unter uns Kollegen ist. Ähm, ja, warum ich Let's Plays mache, habe ich ja schon gesagt. Und, ja, vielleicht auch an andere, die jetzt daran teilnehmen. Das ist mein Kanal. Ich habe größtenteils DayZ, äh, DayZ Epoch, DayZ Origins, auch hier die Standalone. Da habe ich leider nicht so viel. Da bin ich ehrlich, da warte ich noch auf ein bisschen, äh, mehr Inhalt. Ja, Minecraft Hexit. In der Gruppe gespielt. Playliste. Batman, da spiele ich Solo. Hearthstone spiele ich Solo. Seven Days to Die. Das sind leider nur drei Videos. Da habe ich mal was mit einer anderen Gruppe versucht. Minecraft. Normal spiele ich auch noch mit. Welchen Rust? Ich bin alles dabei. Titanfall. Ja, das ist auf jeden Fall mein Kanal. Ich habe auch Twitch. Da werden manchmal Livestreams gemacht. Ich habe Twitter. Ich habe Facebook. Ich habe alles. Da könnt ihr, falls ihr mich mögt oder meine Videos mögt, meine Art mögt, mein Charakter mögt. Abonniert mich. Ja, das war's dann auch schon. Ich bedanke mich und ich hoffe, ich gewinne. Oh, Leute, abonniert meine... Scheiße. ...